Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Just Cause 3. Wir haben in der letzten Folge hier ist Selata befreit, Burgoletto, zwei Städte, wir haben Prospere fertig gemacht und jetzt fehlt uns hier für die Provinz Libeccio, keine Ahnung wie man das ausspricht, noch zwei unentdeckte Siedlungen, ich denke das eine wird entweder das hier sein oder hier hinten ist noch was und natürlich diese Stadt hier und deswegen mache ich jetzt einfach mal einen Wegpunkt zur Stadt und wir fliegen am besten hier nochmal rüber, diese Richtung, das muss ich jetzt mal eben nachchecken hier, ja, irgendwo da hoch, auf jeden Fall, so, ja siehst du, das ist nämlich ein Kloster hier vorne, ich habe in den Ladescreens zwischendurch mal gelesen, dass man da sein Verhandlungslevel loswerden kann Wenn man das halt nicht los wird Ähm, aber gebraucht habe ich das eigentlich noch nicht Viva la Revolución Genau Sancte Elena hieß das Kloster Ja, dann gucken wir mal, was da drüben noch ist, was ist denn da noch? Achso, das ist wieder hier vom... Ne, hä? Was ist denn das da? Ich bin jetzt verwirrt gerade, wo gucke ich denn jetzt hin? Achso, das ist hier diese Stadt, die ich gerade sehe Also, nur so ein Stück davon Aber gut Da wollen wir ja gar nicht hin, wir wollen ja hier unten hin Da wollen wir hin, das sieht auch super aus hier Feuer! Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn getroffen habe Das ist schon mal weg Ich habe ihn jetzt... nein, jetzt habe ich ihn nicht rechtzeitig getötet Das ist schade Klipp das mal da ran und dann... ach, klebt noch eins da ran wegen der Sicherheit So, die Dinger sind an Suchprotokoll einleiten Findet ihn, so schnell es geht Ja, hier hast du mein Freund Hui Ah, da hat mich der Teil Die Außenhülle von dem Wassertank noch erwischt Deswegen bin ich da etwas ins Schleudern gekommen beim Fliegen Warte, da unten habe ich doch gerade noch eine Tafel gesehen, oder nicht? Da muss ich erstmal nochmal nachgucken Hier vorne, glaube ich Das sind eure Nachbarn Ne, äh, Lautsprecher, okay Achso, die... achso, hat aber trotzdem gereicht Sehr schön So Da hinten ist die Polizeistation, aber die können wir auch nachher noch machen Ah, hier steht das Plakat Zack, weg ist es Einmal hier rauf Kann ich das Ding mit dem Ding verbinden? Und dann gehen beide Dinger kaputt Wow, 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 wow Hat fast gut funktioniert Ach, da fliegt noch so ein Teil Ne, aber eigentlich Wollte ich das ganze Ding da hochschmeißen Jetzt vielleicht Okay, der Lautsprecher ist auf jeden Fall hinüber Alle Einheiten So, das ist auch Durch Bleibt doch hier So, okay Den Van haben wir auch Oh shit, jetzt kommt sie von allen Seiten hier Ich muss hier weg Tschüss denn Ach komm, was soll der Geiz Direkt Polizeistation Die Zentrale Das Ziel ist immer noch da draußen Findet ihn So Dann verwenden wir mal diese Satellitenschüssel mit der da Zieht Sehr schön Dann das Ding noch mit dem Okay, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert Warum funktioniert das nicht? Brauchen wir mehr Power So hat es auf jeden Fall besser funktioniert Kann das hier sogar hochziehen Hoppla Muss ich ja nur sogar noch aufpassen, dass ich hier oben nicht getroffen werde Von dem Ding Verbinden wir das nochmal mit dem Ding Dann machen wir noch einen da rüber Oh, das ist an der Wand, oder? Okay, das Ding ist kaputt Das müsste jetzt da hinfliegen eigentlich Okay, das ist Hat nicht Hundertprozentig funktioniert Das Auto will ich da rauf haben Das geht wahrscheinlich auch nicht Weil es da nicht über die Mauer kommt, aber Geht immerhin alles kaputt Liegt Ich muss jetzt noch ein bisschen in die Richtung ziehen hier Sehr schön Ähm Das Ding aufmachen So Rebellen rufen Da war ein Tor Und es ist hier unten, glaube ich, noch eins, oder? Ja, direkt unter mir Ui Achtung Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position Aber wutsch So, zack Und wieder nach oben Ähm Ist ja der gerade gegen geflogen Weil der schon brennt Brot Okay, tschüss Da weiß auf jeden Fall einer, wie man einen Helikopter fährt Fliegt Fährt er Wahrscheinlich fährt man den, oder? So, ihr macht das da unten Ich kümmere mich mal um das Ding da So, den Lautsprecher haben wir Bewüstung muss ich noch machen Ich muss hier vor allen Dingen dieses scheiß Geländer mal loswerden Und das auch da rüber Das funktioniert nur bedingt So, jetzt sehe ich nämlich auch mal was Ist ja noch irgendwie ein Auto oder so Ah, okay, Polizeistation fertig Ähm Muss auf jeden Fall da oben hoch Da ist nämlich so ein Monitor Zack Äh, ja Ich weiß auch nicht Wir fliegen einfach erstmal in die Richtung Mal fliegen Ich glaube, wir fliegen hier so eine Runde Sammeln die ganzen Dinger ein hier Alles klar Alles klar Ihr macht das schon, Jungs Ihr habt das im Griff, ne? Oh Ich bin zu weit geflogen Den haben wir Das haben wir auch So, wie viele sind denn das? Noch zwei Einer ist da drüben Nach 150 Meter so ein bisschen breit Dafür reicht mein Enterhaken nicht So Den noch Oh, jetzt habe ich aber auch keine Zeit mehr Zehn Sekunden noch Mal eben drüber speeden hier Oh Und runter Ah, alles easy Vier Sekunden hat man noch So, ich muss mal jetzt mal eben nachgucken Wo das Schild ist Da hinten, okay Die Statue machen wir noch eben Öh Er verbringt mir ein Pfeil Ach, Mann Hättest du nicht deinen Kopf einziehen können? Du Assiwert, ey Hoch mit dir An die Wand So, jetzt noch Die Dieses Schild Wo war das da hinten? Okay Feuer Okay, Schild haben wir Flagge hissen Weh, mir kommt jetzt hier wieder so ein komischer Passant entgegen, ey Okay Wingsuit müde Einmal kurz hinlegen Entspannt euch, ich habe alles im Griff Weg sind die Terroristen So Na 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 Nasr 5 von 6 Ansiedlung befreit Auf jeden Fall So Das heißt, das haben wir Hier war nix Das heißt Wir fliegen mal da rüber Und ich wette Wir kriegen auch noch eine Ansage, oder? Oder auch nicht Piu Piu Mal eben nochmal nachgucken hier Wenn ich doch noch irgendwo irgendwas ist, wo ich jetzt hätte doch besser hinfliegen können, aber ich glaube, es ist wirklich da vorne Die Ravellos Miliz muss derusen Nagre abrücken Endlich sind diese brutalen Unterdrücker weg Aber unser Kampf geht weiter Da hat sie recht Ich kann noch nix sehen Ach doch, da vorne sind zwei Schornsteine Ach man, die Kamera macht mich auch Irgendwie echt fertig Im automatischen Ich zieh mal da hin Ich zieh mal da hin Ich bin das Boot jetzt zerstört, oder nicht? Jetzt brennt es Jetzt ist es kaputt Hörst du bitte auf, auf mich zu schießen, Mensch? Nervig hier So Was haben wir denn hier? So, hier haben wir noch gar nix Das ist alles da drüben, oder was? An alle Einheiten Findet den Rebellen Verfolgung aufnehmen Das Maschinengewehr hat auf jeden Fall so einen kleinen Aim-Assist dabei Boote Das müsste das Stachelrauchgebiet da vorne sein Ja, wie soll ich denn der Rakete ausweichen? Echt Mal ganz ehrlich Die fliegt mir halt direkt ins Gesicht Ja, hallo Auch mal Ey Wieso fängt... Mann Backe ich mich da noch in die Ecke rein Mit den Trümmern Ja gut Aber wir haben schon Schon was kaputt gemacht da Das ist immerhin ein Anfang Okay Wieder ein richtig weirdes Spawn Nur das kleine Ding hier Zwei Satellitenschlüsseln Ich hab leider keinen Raketenwerfer, der gerade ausschießt Deswegen müssen wir es eben so machen Easy Ich bin nicht mal ins Schwitzen gekommen Ne, sag ich ja, easy Aber wir können mal gucken, ob hier unten ein Raketenwerfer drin ist, der gerade ausschießt Ne Das ist auch nur so ein Ding, was in alle Richtungen schießt So, dann haben wir jetzt Die Becchio komplett befreit Hier oben noch Militärbasis Insula Strittare Und hier halt Grande Pastura Hier fehlt auch noch was Was ist das? Montana? Hier Was sind ja auch nur drei Vier, fünf, sechs, sieben, acht Ja, neun Dinger Und Zwei Story Missionen, wenn ich das jetzt richtig sehe Hier drüben? Ich hab echt keine Ahnung Soll ich da einfach mal rüberfliegen? Ich glaub das Das könnten wir jetzt eigentlich machen Wir haben eine ganz gute Position hier Da dauert das nicht so Ewigkeiten Und jetzt in die andere Richtung zu fliegen Würde auf jeden Fall Eine ganze Weile dauern Ich guck mal Aber diese Bohrinseln sind ja echt nicht mein Fall, ne? Vielleicht ballern die mich da auch gleich komplett aus meinem Leben raus Und ich soll da noch gar nicht hin Das kann natürlich auch sein Irgendwas fliegt da oben auf jeden Fall Aber was das ist, kann ich gar nicht Ach doch, ein Helikopter Hier sind auf jeden Fall überall Benzin-Tanks Och, Mensch Was sind das denn für Dinger hier? Ach Was fliegt mit der Delta Air an der Drohne? Das war mal ein sicker Ausweich-Move Wie ist die Lage? Hallo? Wie ist die Lage? Alles gut Au Die Drohne ist echt hartnettig Alle Einheiten in Alarmbereitschaft Dich Kontakt wiederherstellen Na, komm hoch Komm ich runter zu dir Das ist auch gar kein Problem Okay Aufrüber geortet Zugriff alle Einheiten Nein, 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 nein Machen wir nicht mit dieser Rakete und so Wir schicken euch Schiffe zur weiteren Unterstützung Okay Ich bin mir nicht ganz sicher Ob ich irgendwo gegen geflogen bin Oder ob mich irgendjemand abgeschossen hat Aber ich spawn direkt hier drauf Okay Über mir ist einer anscheinend Aber was Was soll denn das ganze Ding hier eigentlich sein? Doch keine Ahnung Gibt's doch garantiert noch ne Story-Mission für Wetterboje Ah, okay Ach stimmt, das war ja hier mit Wir machen künstliche Wirbelstämme und sowas Ganz verrückte Zoll Er hatte keine Chance So Wir machen einfach alles kaputt hier Wir schicken ein Helikopter ins Zielgebiet 68% Habe ich erst Oh man Wir schicken einige Boote zu eurer Position Wie wäre es einfach, wenn ihr nichts zu mir schickt Und ich das Ding einfach hier kaputt schieße Achtung, unsere Sichtleitkräfte sind unterwegs Der nicht so cool oder was Hier Zentrale Wir schicken Boote zu eurer Position Nein, hört auf mit den Booten Ich brauche keine Boote Wir schicken euch Hilfe zur weiteren Unterstützung Alter Achso, ich bin jetzt fertig Am besten springe ich hier jetzt mal langsam runter Bevor mir das ganze Ding da oben um die Ohren fliegt Was geht denn jetzt ab? Ach man Was muss ich noch machen? Satellitenschüssel Eine Satellitenschüssel Das Ding da oder was? Fertig Satellitenschüssel Satellitenschüssel Juli Jule 1 von 5 Stationen befreit auf jeden Fall Der süße Duft der Freiheit Ja nice Hier Zentrale, bitte komm Nein, 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 nein Fuck Verdammt Alter, ich und EF-Schwäche, wa? Kommt jetzt diesmal von Ring of Elysium Das spiel ich in letzter Zeit ziemlich viel Und da ist halt F Türen aufmachen und aufheben 27. Mai 1984 Oh, eine von 18 Ja, stabil Denn heute wurde unser neues, nach mir benanntes Forschungsunternehmen gegründet Die Eden Corporation Alle Wissenschaftler unserer bestehenden Labore haben sich bereit erklärt Mir auf dieses neue Wagnis zu folgen Ohne dieselben Fehler noch einmal zu machen Das werde ich nicht zulassen Auch ich bin Wissenschaftlerin Und als solche möchte ich eine Präsidentin sein Die stets Forschung und Fortschritt in den Vordergrund steht Okay Das klingt ja schon ganz nice Ähm Ich wollte nur mal eben hier zu dem Boot fliegen Und gucken, ob hier noch was ist Aber so wie es aussieht Ist hier gar nichts mehr Ne Das sieht nicht so aus, als wäre hier doch irgendwas Ja gut Dann würde ich sagen Beende ich an dieser Stelle die Folge Äh, wenn euch das Video gefallen hat Äh, gebt mir gerne eine positive Bewertung Äh, schreibt einen netten Kommentar Und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge Wenn wir hier weitermachen im Stachelbrochengebiet Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal